Also heute ist der 11. Juni 2022 und eine Fangruppe hat sich bei mir da heute eingekleidet mit top weißen T-Shirts und mit Kappalan und ihr seid von Ferla und seid Eroelzen wo die Fans? Ganz große, ganz große. Ja das freut mich aber ganz besonders und heute haben wir einen wunderschönen Tag und da singen wir ein paar Strophen von unserem neuen Lied, also von meinem Top Song und die heißt ja ein Sommertag im Juli. Ein Sommertag im Juli, ein Sommertag ist schön, ein Sommertag zum Baden ins Wasser schwimmen gehen, ein Sommertag im Juli, ein Sommertag ist schön, ein Sommertag zum Träumen in die Wiese liegen gehen, Sommertag, 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 Sommertag. Okay, ein Sommertag im Juli, der kommt natürlich jetzt auch demnächst und am dritten Juli, vielleicht schaut es auf, haben wir den Ironman da an der Strecke, den Ironman 2022 in Czajoric und vielleicht kommt es auf zur Arbeitstation, da singen wir sicher ein paar Euro-Echsen, wo die Songs. Also danke, viel Spaß. Okay, danke euch. Danke, danke, danke.